Das war, das wird sein. Sein Brandmal ist sein Kreuz, wie er unseres ist. Tüten Sie die Schuld. Sieh uns die Kleine. Und tüten Sie die Schuld. Siehst du, er reimt sich seine Geschichte zusammen. Du bist ja sehr stolz auf deine Theorie. Er fabriziert neue Erinnerungen aus seinen Alten. Tja, das Gehirn passt sich an. Ich kenne das. Sieh uns die Kleine. Bukka, wach auf. Bukka, wach auf. Hier hat es angefangen. Ich hab dich verkauft. Ich hab dich verkauft. Für sie spricht, sie wollten sich rauswinden aus dem Geschäft. Es ist alles Comstocks Schuld. Was, wenn ich zurückgegangen wäre? Ihn getötet hätte, vor all dem. Dann geraten Dinge in Bewegung. Woher weiß man denn, wie weit man zurück muss? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss in die Zeit seiner Geburt und das Schwein in seiner Krippe ersticken. Bukka, bist du sicher, dass du das willst? Ich muss es tun. Nur so kann ich alles ungeschehen machen. Bukka, David. Bist du bereit für die Wiedergeburt? Wieso sind wir wieder hier? Das ist nicht derselbe Ort. Aber natürlich, ich erinnere mich. Moment. Bist du bereit, alles, was war, zurückzulassen? Du bist nicht. Wer bist du? Du hast dich entschieden zu gehen. Aber in anderen Meeren eben nicht. Du hast dich taufen lassen. Und du wurdest als ein anderer wiedergeboren. Warum scheust du deine Sünden? Das alles muss enden, damit es nie beginnt. Nicht nur in dieser Welt, sondern in allen. Ersteck ihn in seiner Krippe. Ersteck ihn. Ersteck ihn. Ersteck ihn. Lass ihn wiedergeboren werden im Blut des Landes. Bevor du wiedergeboren wirst. Welchen Namen nimmst du an, mein Sohn? Er ist Zachary Comstock. Er ist Uka DeWitt. Nein. Ich bin beide. Ich bin beide. Ich bin beide. Ich bin beide.